aktuell gerade levi cd ich glaube nicht so viel ich glaube damit hat der typ auch gepokert aber der hat ja auch nicht nur fluts drauf na doch dort nur fluss drauf und spikes hatte der hat ich glaube dass wir noch spikes drauf jetzt in der levi das klinge das bike oder eine torfisch darauf ging mir ein bisschen zu schnell um ehrlich zu sein es war ein bisschen zu schnell für mich also also der levi war doch irgendwas mit armbrüsten auf jeden fall obendrauf das bike oder torfisch und dreifach pork hat deren dv das ganz nicht ganz der angenehmste kandidat für narka ja bis zur mitte ja genau passt vor den katapulten auf weil er schießt ja auch schon um wie so ein weltmeister die sind eher rechts hier aufgestellt zwei rechts da hinter der antenne dort teilen sich jetzt auf eine links oder rechts links das weiter links irgendwo die rolle heißt es links gekriegt rechts ist eine getausende incinerator hinter dir bei mir sind nachkämpfer hinten achten levi kommt glaube ich gleich umgefahren ja levi kommt gleich hinten nicht rein gefahren die der 1 ist an mir dran scheiße ich brenne ja sie greifen mich jetzt scheiße ich hätte auch was die dual nimmt mich eine summe umgefallen die kassieren jetzt hier gibt es aufs maul ist jetzt auch hier geschichte du lappen und jetzt der katapult wichser und mehr du schlampe sorry ich brauche das das ist die muschi guck ihn ja nie wie süße kommen noch mit firebugs kommt auch noch eine kleine was rausgeflogen ja internet komplett raus auch aus der party party ist ja noch mal das merkst du ja auch wieder alles verzögert das war auch gestern auch verzögert erst noch paar sekunden zeigte dann molle verlässt die party oder so links komm rechts wieder vorgefahren dann musste ich mich jetzt auf jeden fall mehr bei euch halten dass die mich nicht raus ich glaube die juli probiert wieder hinten rumzufahren um mich raus zu holen ja ich wollte schon drauf ich wollte hier schon auf das alter die redscher 10.000 11.000 der katapult wichser ne jetzt brenne ich auch noch hier jungs bei mir schule so ist nur noch die zwei ja ich komme zu dir boah der katapult wichser ne nein jetzt ist er der kleine motherfucker bei mir dran ja jetzt kriegt er aufs maul ja 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 du bist der drecks katapult sehr ganz ehrlich warum schieß jetzt auf geht's oh geschichte jetzt hallo aber drecks wollte nicht schießen das war im grunde genommen auch wieder ein handicap match aber das haben wir jetzt eh schon öfters gehabt dass einer rausgeflogen ist Hood durch durch die